Das Departement Morbihan ist das französische Departement mit der Ordnungsnummer 56. Es liegt im Nordwesten des Landes in der Region Bretagne und ist nach dem Golf von Morbihan benannt. M.O.R.B.Han ist der bretonische Name des Golfs. Geografie Morbihan liegt im Süden der Bretagne und grenzt im Westen an das Departement Finisterre, im Norden an das Departement Côte d'Amour, im Nordosten an das Departement L'Evilane und im Südosten an das Departement L'Eure Atlantique der Region Pace de la L'Eure. Der Golf von Morbihan wird durch die Halbinseln von L'Oc-Mariaquer und Ruiz vom Atlantik getrennt. Wappen Beschreibung In Hermelin und Blau mit Wellenschnitt geteilt. Vorgeschichte Das Morbihan war im Neolithikum Westeuropas einer der kulturellen Brennpunkte. Neben den anderen Regionen der Bretagne steht es für den Beginn der megalithischen Bauweisen in Europa. Hier entwickelten sich aus den Erdhügeln die Steinhügel, was in Kombination mit den beim Aufrichten von gewaltigen Menhieren erworbenen Fähigkeiten bereits im 5. Jahrtausend vor Christus zum Bau von Megalithanlagen führte. Städte Die bevölkerungsreichsten Gemeinden des Departements Morbihan sind. Weitere bekannte Orte sind Karnack, Erdiven, L'Oc-Mariaquer, Port Louis-Quibirun und La Trinite-sur-Mer. Verwaltungsgliederung Das Departement Morbihan gliedert sich in drei Arrondissements, 42 Kantone und 261 Gemeinden. Siehe auch Liste der Kantone im Departement Morbihan Liste der Gemeinden im Departement Morbihan Verkehr Wie in der Bretagne üblich wird das Morbihan nicht von Autobahnen sondern durch Autobahnähnlich ausgebaute und mautfreie Schnellstraßen erschlossen. Hauptverkehrssadern sind die Ost-West-Verbindung N24 Rennes-Pleuermel-Laurier, die Küstenstrecke N165 Nantes-Vanis-Laurier-Quimper sowie die von der N24 Abzweigende Nord-Süd-Quer-Verbindung N166 Pleuermel-Vanis. Haupthaisenbahn-Verbindung ist die Bahnstrecke Sarve-Nailandano von Quimper über Laurier und Vannis, die sich im bereits im Departement Lévi-Lane befindlichen Redon nach Rennes und Nantes aufteilt. Über die Bahnhöfe Laurier, Aurai und Vannis ist das Morbihan an das französische TGV-Netz angeschlossen. Auf der Hauptstrecke verkehren ebenfalls Interseitz-Züge der Linie Quimper-Nantes-Bordeaux. Der regionale Schienen-Personen-Verkehr erfolgt durch die TER-Bretagne, die den Verkehr auf der Hauptstrecke verdichtet, kleinere Haltepunkte bedient und einen Saisonverkehr von Aurai auf die Halbinsel Quiberon anbietet. Nur noch Güterverkehr herrscht auf der Bahnstrecke Aurai-Pontevi und einem Abschnitt der Bahnstrecke Saint-Briouche-Pontevi. Das Reservo des Transports Interurbains du Morbihan sorgt für den überörtlichen Busverkehr. Größere örtliche Busnetze existieren in den Agglomerationen von Laurier und Vannis. Einziger Verkehrsflughafen im Departement ist Laurier-Bretagne-Sud. Weitere für das Departement bedeutsame Flughäfen sind Rennes und Nantes-Atlantique. In der ersten Hälfte des 20.JD, war das Gebiet des Departements durch ein Netz von meist-meterspurigen Schmalspurbahnen erschlossen, deren größter Teil von Ninchem-RDF-JR du Morbihan betrieben wurde. Daneben gab es Überland-Straßenbahnen wie die Straßenbahn La Trinite-Etel und die Straßenbahn Laurier. Klima Messstationen Ilede, Gräug und Bälle Iledage mit Regenfällen über 1 mm 115.Frost 10.1.Frost Ende Dezember Letzter Frost Ende Februar Schnee 1.Gewitter 4.Hagel 2.Sehenswürdigkeiten Karnak Gavrinis-Kalvarienberg von Gönow Schloss Josselin Lok Mariaquer Table des Markenz Tumulus St. Michel Landes Delanwo Partnerschaften Das Departement Morbihan unterhält seit 1969 eine Partnerschaft mit dem Rhein-Erft-Kreis.